Das Museum, das Dokumente der Geschichte von Kuggenots und Kuggenots waren die Flüchtlinge der Französischen und die Prussian-Kranz in den letzten 200-300 Jahren. Hier kommen wir zum schönsten Platz der Stadt, zum Gendarmerkrecht, der Französische Dom. Es ist ein rund 60, fast 70 Meter hoher Turm, im Innern ein Museum, das ist das Hundertenmuseum, was also an die Klauenflüchtlinge Frankreichs erinnert, in deren Geschichte beschreibt, wie Klauenflüchtlinge, die Hunderten kamen vor rund 300 Jahren nach Berlin, Preußen, Brandenburg. Hier unser alter Gendarmerk, hier besteht erneut eine Ausstiegsmöglichkeit.